Das Internet überholt das Fernsehen als wichtigste Nachrichtenquelle in Deutschland. Laut dem Digital News Report vom Reuters-Institut informieren sich 42 Prozent der Erwachsenen im Netz über das Tagesgeschehen, während 41 Prozent dem Fernsehen den Vorzug geben. Besonders beliebt sind dabei traditionelle Anbieter aus TV, Radio und Print. Soziale Medien sind vor allem bei jüngeren Nutzern eine wichtige Quelle für Nachrichten. Allerdings gibt es auch Skepsis. 40 Prozent der TikTok-Nutzer haben Schwierigkeiten, Vertrauenswürdige von nicht verlässlichen Nachrichten zu unterscheiden. Die diesjährige Europameisterschaft ist ein wertvoller Datenlieferant für KI-Forscher. Ein Team der Technischen Universität München analysiert die Spieldaten mithilfe von Machine Learning, um komplexe taktische Konstrukte zu erkennen. Damit wollen sie abschätzen, in welchen Situationen welche Spielweise erfolgreich ist. Drei verschiedene Datenquellen werden genutzt. Manuelle Erfassung von Spielergebnissen, optische Verfahren zur Erfassung von Bewegungen, sowie ein Sensor im Ball. Eine Vorhersage der Spielergebnisse steht allerdings nicht im Fokus der Forschungsgruppe. Eine Studie zeigt, dass viele Menschen skeptisch sind, wenn künstliche Intelligenz die Hauptarbeit beim Produzieren von journalistischen Nachrichten übernimmt. 50 Prozent der Befragten gaben an, sich bei der Nutzung solcher Nachrichten unwohl zu fühlen. Ältere waren dabei skeptischer als jüngere. Größer war die Akzeptanz, wenn Nachrichten zwar mithilfe von KI, hauptsächlich jedoch von Journalisten produziert werden. Die NASA hat die erste bemannte Mission von Boeings Starliner um einige Tage verlängert. Ursprünglich sollte das Raumschiff am 14. Juni zur Erde zurückkehren, nun ist der frühestmögliche Rückflug für den 22. Juni geplant. In der Zwischenzeit will die NASA weitere Tests mit dem an der ISS angedockten Raumschiff durchführen. Unter anderem sollen die rückwärtigen Triebwerke des Starliners getestet werden. Zum Abschluss noch ein Hinweis. Wir bieten unserer Podcast-Community das heiseplus-Abo für die ersten drei Monate zu einem Sonderpreis von monatlich nur 6,45 Euro an. Damit erhalten Sie nicht nur Zugriff auf alle Artikel von heise online, sondern können zusätzlich alle heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Dieses Angebot für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer finden Sie unter heiseplus.de slash podcast. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.